Hier vorne, da seht ihr, ja, jetzt geht es gerade hinteren, hinteren Berg, hinteren Gipfel, ja, jetzt gehen wir ihn nehmen. Schau, noch die Hohenlage zu feiern. Er hat gerade einen frischen Hard James Pumpen, gell, Pister? Nur eine Mathe. Ja. Dann können sie ein superes Berg haben. So eine schöne Arbeit. Die sitzen im Nebemeer da unten. Ja, da unten eine Suppe, da unten möchte ich auch nicht sein. Oh ja. Ja, ein bisschen Ländler-Mäusig. Das ist eher ein Leben. Wie Pister rein? Ja genau so. Nicht mehr weit ist der Mittagipfel. Fahrachnöpen, wo zwei Minuten rein! Drei, da unten! Drei.